mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Solo-Episode möchte ich mit dir über das Thema Golf und Social Media reden. Irgendwie hat es so ein bisschen den Impuls der Matthias gegeben vom Schenk.com-Podcast. Wir hatten uns innerhalb der Gespräche, die wir eben auch außerhalb der Podcast-Folgen aufgenommen hatten, haben wir uns natürlich noch weiter unterhalten, haben uns davor, danach unterhalten, dazwischen auch und haben da auch immer wieder so ein paar oder einige Gemeinsamkeiten einfach festgestellt, wo wir einfach gesagt haben, hey, okay, das ist ja, es sprengt jegliches Interview, wenn wir die Themen alle behandeln würden, die uns da so aufgefallen sind in den Stunden, die wir da gesprochen haben. Auf jeden Fall ein Thema möchte ich heute gerne mit dir ein bisschen angehen oder beziehungsweise dir ein bisschen näher bringen und dir auch Fragen dazu stellen. Deswegen rege ich heute auf jeden Fall an, dass du mir einfach mal deine Meinung dazu sagst, dass du mir schreibst, dass du mir einfach Bescheid gibst, wie du dazu stehst, aber darauf kommen wir auf jeden Fall nachher noch. Und allgemein möchte ich einfach mal mich erkundigen oder auch dir meine Meinung dazu sagen, wenn ich das Thema Golf und Social Media anspreche. Es gibt eben viele Leute, die die ganzen sozialen Medien eben nutzen, um im Bereich Golf zu posten. Und das war so das Schöne daran, dass Matthias und ich haben so festgestellt, wir beide sind Golfer, die halt einfach auch auf Social Media ihre Passion teilen. Und dass es eben auch noch andere Leute gibt, das war mir so vorher gar nicht so direkt bewusst, dass es auch Leute gibt, die diese Nische Golf einfach besetzen. Das heißt, die sind keine Golfer, sie sind vor allem Blogger, sind vor allem Interessierte an Golfsport, aber sind per se keine eigentlichen Golfer, die halt auch mal ein Foto machen und das online stellen, sondern vor allem Golf-bezogenen Content generieren und es dir eben dann auf Social Media teilen, posten, um zu zeigen, was man da eben auch hat. Logischerweise gibt es da einfach Leute, die erfolgreicher damit sind, es gibt Leute, die weniger erfolgreich damit sind, aber allgemein belebt es ja auch den ganzen Social Media-Himmel, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist so ein bisschen was, wo mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass man sagen kann, es gibt Golfer, die eben einfach auch während der Runde Fotos machen und die dann eben hochladen, dazu gehöre ich auch. Es gibt auch genug Runden, die ich spiele im Jahr, da habe ich mein Handy zwar logischerweise dabei, aber ich mache keine Fotos und teile es auch nicht. Und dann gibt es eben auch Leute, die dann im Hintergrund einen Golfberg stehen haben oder die dann einfach irgendwo auf dem Golfplatz essen gehen, nur um die Fotos zu machen, dass es eben golfbezogenen Content gibt. Und da wollte ich dich mal fragen, ist dir sowas auch schon mal aufgefallen? Liegen wir beide, der Matthias und ich, vielleicht einfach auch falsch? Haben wir das einfach nur so gesehen, sage ich jetzt mal? Oder kommt uns das nur so vor? Oder ist dir sowas auch schon mal aufgefallen, dass da so ein bisschen in die Richtung, es Leute gibt, diese Nische-Golf-Besetzen, aber per se keine eigentlichen Golfer sind? Und das ist so eine der Fragen, die ich da an dich habe. Deswegen schreib mir da einfach gerne mal eine E-Mail, schreib mir auf meinen sozialen Kanälen, was deine Meinung dazu ist, was du dazu sagst, ob du das eben auch siehst, dass es auf Instagram, Facebook und den anderen Kanälen, auf denen du dich aufhältst, einfach auch Leute gibt, diese Nische Golf benutzen, oder dass du eher Golfer siehst, die halt auch Fotos oder Videos posten. Und was ich da einfach noch ein bisschen sagen oder mich auch erkundigen möchte, bei dir, nachdem du mir die erste Frage beantwortet hast, ist auch so ein bisschen der zweite Punkt. Ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen eine Studie gelesen zum Thema Social Media, da ich da auch beruflich ein bisschen involviert bin und habe dann einfach auch festgestellt, ja okay, irgendwo ist so wirklich auch langsam bei den über, ich sage mal, über 25-jährigen TikTok angekommen. Und bisher bin ich da immer noch so ein bisschen im Hintertreffen, was solche Dinge angeht, denn bisher weigere ich mich noch, ein bisschen weitere Kanäle zu bespielen, weil ich mir denke, okay, bei Instagram bin ich sehr aktiv, das muss ich dazugeben, Facebook wird eben parallel mitbespielt. Wenn ich auf Instagram poste, wird derselbe Post auch auf Facebook abgegeben und ansonsten war es das, wenn man es mal vom Blog her absieht und vom Podcast absieht. Und daher war so meine Frage an dich, was ist so dein Social Media Golfkanal, den du vor allen Dingen konsumierst? Ist es mehr Facebook, ist es mehr Instagram, ist es mehr TikTok, ist es irgendwas, was ich vielleicht gar nicht kenne? Ich rede nicht mal mehr von YouTube. YouTube zählt zwar auch da mit rein, ist aber für mich eher in dem Fall was anderes, denn bei Facebook, bei TikTok und bei Instagram kann man natürlich noch mehr Medieninhalte teilen, wie nur Video, wie bei YouTube das eben der Fall ist. Daher würde es mich wirklich mal interessieren, was so deine Kanäle sind, die du einfach für das Thema Golf noch nutzt und die du vielleicht auch abseits vom Golf eher benutzt und was so für dich eben die Kanäle der Wahl sind, wenn es ums Thema Golf geht. Und ja, gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich vergessen habe, wo du sagst, hey, das ist aber noch ein Kanal, der muss da doch auftauchen, warum sagt er das nicht? Dann immer her damit. Ich bin ja auch nur irgendjemand, der dem ganz normalen Job nachgeht und alles andere nebenher macht. Und daher bin ich da natürlich auch nicht immer up to date, was das ganze Thema angeht. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was komplett an mir vorbeigelaufen ist. Und da wäre ich dir wirklich auch dankbar, wenn du mir einfach kurz ein Statement gibst, hey, das und das, so und so sieht es aus. Und dann wären schon mal zwei große Fragen für mich, was das Thema Social Media und Golf anbelangt, geklärt. Eine dritte Frage ist es eigentlich nicht, aber so einen dritten Punkt, den ich in dem Bereich noch ansprechen möchte, ist einfach, wie es bei dir und bei deinem Golfclub aussieht. Also wir haben Golfclubs in Deutschland, die sehr aktiv sind, was das Thema Social Media angeht. Wir haben auch Golfclubs, die wahrscheinlich von Facebook noch nie was gehört haben in Deutschland. und da wollte ich mich mal erkundigen bei dir, wie das eben bei deinem Heimatclub aussieht, was für Erfahrungen du da hast, ob es Clubs gibt, bei denen du sagst, hey, die machen das richtig gut oder andere Clubs, wo du sagst, hey, ich nenne das zwar keine Namen, wo du mir gerne sagen darfst, die es überhaupt noch nicht gerallt haben, dass es da noch was anderes gibt, außer die Clubterrasse und die Gastronomie, bei der man essen gehen könnte und dann eben sich austauscht im sozialen Umfeld und wo man da vielleicht vorangehen kann oder was für ein Beispiel man nehmen kann, um voranzugehen und zu sagen, hey, guck dir doch mal das an, der und der Golfclub, die machen das richtig gut, die bauen da richtig was auf, die haben was aufgebaut und die wollen eben auch über die sozialen Medien ja Golfer, Kunden oder auch eigene Mitglieder einfach informieren, ansprechen und da einfach auch noch mehr einen Fokus drauflegen. Das würde mich auch mal interessieren, ob es da Paradebeispiele gibt in jeglicher Richtung, die du mir sagen kannst, denn wenn ich jetzt irgendwie einen Golfclub eintippe, dann kommt natürlich bei Google oder bei einer Suchmaschine meiner Wahl alles Mögliche raus. Da bin ich immer interessiert, wenn mir Leute einfach sagen, hey, guck doch mal, da ist das und das, da kannst du mal schauen, die machen das richtig gut oder auch allgemein zu sagen, hey, guck mal, da ist so für mich das Positivbeispiel und das andere ist eher so das Negativbeispiel, damit man da einfach mal ein Gefühl für bekommt, denn mir kommt es immer wieder so vor, dass es eben beide Extreme gibt. Es gibt Golfclubs, die machen ein bisschen was, und es gibt wiederum Golfclubs, die machen sehr viel und es gibt wieder Golfclubs, die schwimmen irgendwo so zwischendurch. Da gibt es mal in der Hauptsaison sehr viele Kommentare, sehr viele Postings und Interaktionen und dann in der Nebensaison oder auch dann bei der aktuellen Wintersaison eher weniger was. Und da interessiert es mich einfach auch mal, was so deine Meinung dazu ist, was Golf und Social Media angeht, wenn man von Seiten der Golfclubs beleuchtet. Und das waren an sich auch schon so die drei Themen, die ich heute mit dir in diesem großen Golf und Social Media Thema ansprechen wollte. Ich kann nur dazu sagen, mir macht es immer noch Spaß, auch YouTube und Instagram zu bedienen, Facebook, wie gesagt, wird mitbedient und finde ich immer noch eine interessante Sache. Man lernt verdammt viele Leute kennen, die einfach dasselbe Hobby auch haben und hat einfach sehr viele Überschneidungen, mit denen man dann einfach auch wiederum sich auch persönlich treffen kann. Für mich ist zum Beispiel Instagram ein sehr guter Kanal. Ich habe dort sehr viele gute Kontakte bekommen, mit denen ich auch mich persönlich schon getroffen habe, mit denen ich auch mal golfen gehe, mit denen man sich mal so austauscht, auch abseits von diesem Social Media Kanal einfach der Kontakt da ist. Und das ist wirklich eine Bereicherung, muss ich dazu sagen, denn ansonsten wäre ich mit den Leuten wahrscheinlich nie in Kontakt gekommen. Und daher bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, schreibt mir gerne an mail at mygolfblog.de oder geh auf Instagram, gib andreas-mygolfblog ein, dann wirst du auch auf meinen Kanal kommen. Ich werde nochmal alles in den Shownotes verlinken, meine ganzen Kanäle, damit du mir eben schreiben kannst und bin wirklich sehr interessiert daran, was so deine Meinung zum Thema Golf und Social Media ist. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß in diesem Winter und halt auf jeden Fall die Ohren steif. Ich hoffe, du darfst golfen gehen und deine Plätze sind geöffnet und wünsche dir viel Spaß auf der nächsten Runde und bis dahin. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. zu viel mehr 见 ehez die 舞